Hallöchen, ihr Lieben und Willkommen hier zum Adventskalender von NOS. Heute öffnen wir Türchen Nummer 12. Und hier steht, im Flussbergwerk leben Golems, welche ein Material für eine Waffe fallen lassen. Wie heißt dieses Material? Ja, das Material. Ich habe jetzt hier schon mal die Produktionsdinger hier für die Waffen. Das ist nicht von denen. Die Schwertspitze weiß ich gerade nicht. Durchdreckklumpen ist, glaube ich, von den Golems. Geronnenes Blut ist, glaube ich, von den Egeln. Verdorbene Fruchten nicht. Feilspitze auch nicht. Wedelstein auch nicht. Gehärtetes Herz ist, glaube ich, von den Basis. Was hat man gerade? Das hatten wir auch. Wo ist das andere da? Haben die hier noch was? Blaus Fell. Halid. Halid wird, glaube ich, nicht von denen getroppt. Wurzel wieder. Basiherzen. Verunreinigter Saft ist, glaube ich, auch nicht von denen. Das dürfte von den Bäumen sein. Hier auch nichts. Blutegel, ganz klar. Das ist von den Bäumen. Das ist von den Yaks. Also so, wie es für mich gerade aussieht, können es nur die Dreckklumpen sein. Und zwar hier von dem zerbrochenen Schwert. Dreckklumpen. Dreckklumpen. Okay, mit KK. Dreckklumpen. Alles klar. Dann nochmal aufmachen. Und wir schreiben Dreckklumpen. Schön zusammen. Sehr schön. Ah ja, wir werden sehen, ob es richtig ist. Ich hoffe mal ja. Antwort ist jetzt abgeschickt. Und ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Wir sehen uns dann morgen bei Türchen Nummer 13. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.